Hallo, ich bin die Adelina Dogwa, bin 19 Jahre alt und mache meine Ausbildung bei der Stadt Vellbach. Und zwar zur Fachangestellten für Bürokommunikation. Zur Zeit bin ich im zweiten Lehrjahr. Und wenn man Azubi bei der Stadt Vellbach ist, dann durchläuft man verschiedene Ämter. Ich war jetzt zum Beispiel im Amt für öffentliche Ordnung, im Bauamt, im Rechnungsprüfungsamt und zur Zeit bin ich in der Azubifirma tätig. Also die Azubifirma macht mir echt sehr viel Spaß, denn hier kann ich meinen Aufgabenbereich völlig kreativ und selbstständig erarbeiten. Wie zum Beispiel melde ich Mitarbeiter zu Seminaren an oder arbeite auch an verschiedenen Projekten. Zur Zeit arbeite ich das Projekt Europäischer Wettbewerb und das ist ein Malwettbewerb für Schülerinnen und Schüler in den Klassen 1 bis 10. Im Allgemeinen kann ich sagen, dass mir die Ausbildung bei der Stadt Vellbach sehr viel Spaß macht, denn gerade, dass ich in verschiedene Ämter komme, lerne ich wirklich die Tätigkeiten der Stadt kennen und die Ausbildung ist somit sehr abwechslungsreich. Mir macht es auch sehr viel Spaß, auf die Anliegen der Einwohner und Einwohnerinnen einzugehen und vor allem auch der Umgang mit den neuen Medien. Also ich bin immer auf dem aktuellsten Stand. , also für den Moment. Spätamente. Man hat es auch zulässig, damit aus constraints beider, das geht.